Guten Tag, hier ein wunderschönes Kommissionsfahrzeug von Schone Autobrofers, angeboten über uns für den europäischen Markt. Hier sehen Sie ein Fahrzeug mit hohem Sammlerpotenzial. Es ist ein 1987er, das heißt, das Fahrzeug ist schon ein Oldtimer. Dementsprechend kann man es über Deutschland, über Bremerhaven mit 7% Einfuhrumsatzsteuer einführen. Ein 1987er Porsche 911 Turbo. Das Fahrzeug hat drei Vorbesitzer, ein Florida-Fahrzeug und gehört einem Kunden von uns, ein Anwalt etwas nördlich von uns. Das Fahrzeug ist hier im Warenlager zu besichtigen oder zu inspizieren. Das Fahrzeug kommt im klassischen Indisch-Rot, auf schwarzen Fuchsfelgen, so wie sich gehört, in Leder-Sonderausstattung Champagner. Das ist der Blick auf den Marker ihres Vertrauens. Man sieht schön hier den Whitebody und den Heckflügel, sogenannte Whale-Tail. Hier sieht man dann auch, dass das Original Porsche ist. Das Fahrzeug ist sehr, sehr original und ist im Erstlack. Auch der Motor, wie man hier sehen kann, alles Original, Turbolader-Original. Fahrzeug wurde gerade, da ist es für den Service. Das ist ein bisschen sehr schön, das gefällt mir sehr. Service-Kollege vom Letzten-Service für 7000 Dollar. Fahrzeug kommt mit Handbüchern, einem Clean Carfax und einer Porsche CUA, einer Certificate of Portland Biscity. Fahrzeug hat alle Sticker. Hier sehen Sie die Sticker. Schauen wir kurz ins Innere. Hier die erwähnte Ausstattung Leder, Champagner. Zwei, drei. Die Dinge sind nicht original. Das eine, wie man hier sehen kann, ist ein Soundsystem. Das wurde damals sehr häufig ausgetauscht. Wir hatten nun einen Elpine drin, anstatt den Blaupfung Reno. Dann was sehr Schönes, finde ich. Schalter und Lenkrad. Von Nadi, in Edelholz. Den Blick auf die erwähnte COA und darunter ist das Carfax. Wichtig ist natürlich zu sehen die Laufleistung. 58.700 Meilen. Das heißt, wir sind klar unter 100. Wir sind auch noch unter 95.000 Kilometer. Aber das ist in 30 Jahren eine sehr, sehr geringe Laufleistung. Das Fahrzeug kommt genauer her. Die Patina im Leder. Das Fahrzeug wurde einem kompletten Detailing unterzogen. Das Fahrzeug kommt sehr gut daher. Ein paar Steinschläge, die lassen sich nun mal nicht verhindern. Auch auf Probefahrt überzeugt das Fahrzeug. Hier sehr schön der Option-Sticker, auch vorhanden. Das Fahrzeug zeigt keinerlei Anzeichen von Unfällen. Hier dann das Ersatzblatt. Aber drunter Werkzeug. Hier halt zusätzlich noch Endstufen. Zum A4-Mark der Sound-System. Man kann es auch zurücksetzen. Nur das ist günstig. Und wir lernen sich mit dem Blaupunk Reno beschäftigen. Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail. Oder per Telefon unter 001 954 449 67 87. Vielen Dank und auf Wiedersehen.